Was geht, meine lieben Freunde? Seid herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von A Way Out. In den letzten Folgen haben wir wirklich sehr, sehr, sehr vieles erlebt. Sehr vieles. Ich muss sagen, jetzt schon mal, das Spiel ist wirklich verdammt geil. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, dieses Spiel anzuspielen. Ebenso freue ich mich vielmehr, dass mich Ero auf diesem Weg begleitet. So, dann würde ich sagen, geben wir jetzt in die nächste Mission ein. Wo waren wir eigentlich noch mal stehen geblieben? Wir brauchen jetzt, genau, einen Schraubenschlüssel, damit wir... Was war das, ein Gully-Deckel war das, oder? Ja, so ein... Auf jeden Fall halt ein Deckel, was wir abschrauben müssen, damit wir darüber dann wieder fliehen können. So, was ist dann unsere Mission? Unsere Mission ist es, irgendwie müssen wir uns als erst umschauen. Huch, so. Irgendwie müssen wir uns hier umschauen. Also kein... Klappt doch. Okay, ähm... Ich würde sagen, ganz klassisch wieder einfach mit den Leuten unterhalten, oder? Ja, links von dir liegt doch irgendwas. Was ist das? Das ist einfach nur Arbeiten, mehr ist das ja nicht. Dann mache ich das jetzt. So, satisfying. Okay. Ich rinde mir mit dem Gefängniswetter. Warte. Geh mal durch. Ach, guck mal, easy peasy. Ich bin in die Zelle schmuggeln. Also wir brauchen erstmal... Wo ist denn der Schraubenschlüssel? Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Das musst du erstmal finden. Man, das Ding spinnt fast. Das heißt, ein Schraubenschlüssel, ne? Das ist doch kein Schraubenschlüssel, ja? Ja, nicht das, was die Schraubenschlüssel wäre. Ich habe hier eine Säge. Ja, komm, ich kann ja was untersuchen. Was ist das denn? Ah, wir können... Wir können diese Öffnung verwenden. Genau, und da drüber könnten wir die Schraubenschlüssel in die Zelle reinschmuggeln. Hast du das gesehen? Da unten. Da unten. Da. Genau, ja. Geh du mal da ran. Geh du mal ran. Da ist nichts mehr. Ich glaube, ich glaube, ich... Ja, warte, es ist schon... Also gut. Äh... Ist das ein Hammer? Ich glaube, wir würden... Wir sollten jetzt einfach... Da, Schraubenschlüssel. Da. Siehst du das auch? Hey, das ist meine Wrench. Das ist? Okay. Ich lenk ihn ab. Don't I recognize you from somewhere? I don't know. Maybe? You used to work in the laundry room, didn't you? Ablenkung, das ist es. Sure, I got transferred. Ah, so that's where I know you from. Jetzt kann ich ihn in die Öffnung tun. Why are you asking? Was machst du hier? Du sagst hier in die Öffnung. Ich kann jetzt gar nichts machen hier nicht. Ich kann nur abbrechen. Brech ab, dann brech ab. Wir brauchen irgendwas, wo wir das reintun. Everything in the present gets repaired here. Ah, everything, that we can fit through the middle of the sector over there. That's not much. That is what it is. I guess it is. Hm. Well, you're doing a fine job here, I see. Thanks. We done here? Wow! Warte, überleg mal kurz. Ich weiß nicht, wer hast du das gemacht? Du bist auch aufgestanden und dann geht's. Der springt da. Kann man eigentlich noch irgendwas machen? Better keep my fingers away. Du musst einfach nur arbeiten. Wir brauchen die ganzen Werkzeuge nicht. Gut, wir sollten lieber mit den Leuten reden. Also da komme ich nicht durch. Metall ist hektor. Geh mal durch. Und guck mal, ob man da durch die Öffnung auf der anderen Seite was... Ja. Du bist zu clever für dieses Spiel. Du bist zu clever für dieses Spiel. Du bist zu clever. Ist das ein Event behind the bin? Schick ihn rüber, mon frère. Mach erstmal auf. Geht nicht so einfach. Du brauchst irgendwas, um zu öffnen, oder? Was denn? Achtung an der und ich. Du brauchst auch mit dem Fuß. Pass mir die Wrensch durch hier. Check. Easy, fizzy. Jetzt kann ich hier raus. Ja. So einfach. Ja, warte, bleib da. Ja, okay. Jetzt müsste die Zelle kommen, nicht? Die ist aber bestimmt auch irgendwo eine Untersuchung oder so. Ich glaube nicht. Okay, wir müssen auf jeden Fall hier durch. Das Witzige daran ist, dass ich ja noch nie mit einem Xbox-Controller gespielt habe. Ich weiß immer, ich muss immer gucken, wo XY ist und so. Echt? Ja, weil ich weiß, dass die Kontroller das wissen. Obwohl ich die ganze Zeit PS4... Okay, das könnte ein Problem wissen. Warte, warte. Ich glaube, wir müssen das selbe Prinzip. Ja, aber das wird doch eh wieder pieken. Da ist kein Metalldetektor. Das ist keiner. Du kennst den Drill. Dann lass mich durch und du gibst da vorne. Hier, hier, hier. Du musst hier rüber. Das ist das, glaube ich nicht. Oder? Doch. Da, komm zum Fenster. Alles gut. Wo ist das Fenster? Ja, ja, okay. Aber was wollte ich sagen? Genau, ich bin eher PS4-Gamer, aber trotzdem... Genau, das meinte ich, der muss. Genau. Ich wüsste, wo Kreis, Vierhecke... Guck mal. A, B, Y, X, oder? Ja. Ja, jetzt weißt du auch A, B, Y, X, okay. A, B, Y, X. Jetzt bin ich dran, it's my turn. A, A, B, Y, X, okay. A, B, X. Alright. Thank you, Seth. Get it together. Das ist derselbe Weg, den du schon mal gelaufen bist, ne? Ganz am Anfang. Der macht jetzt auf. Aber der untersucht doch nicht. Ne, ne. They actually fixed something around here. Ach, jetzt macht der viel schneller. Die haben es tatsächlich repariert. Okay, wir haben es eigentlich nicht geschafft. Die sind gleich bei unserer Zelle. Die suchen hier auch. Mathe, guck dich um. Nein, nein, lass mich vorgehen. Ich habe eh nichts. Wo ist denn der Schraubenschlüssel? Guards. There's a problem. What is it? Let me show you, come on. Let me show you. Hey, wie, du hast gar nichts. Du hast doch den Schraubenschlüssel. Nein, du hast den noch. Ich habe ihn dir noch gegeben. Was ist going on? Ja, du kannst da durch. Wie kannst du durch? Oh, der steht da oben rechts auf, glaube ich. There's a problem downstairs. They're fighting. Let's go. Alright, step aside. Let's go. Als du das mit X und A und du das gesagt hast, durch das Fenster. Oh, nee, der steht. Guck mal, das ist der, der Chef hier. Ist das 84? Ich glaube, die stehen vor meiner Zelle, weil die das Problem gesehen haben. Nein, das ist nicht deine Zelle. Oh. Das ist nicht deine Zelle. Wo hast denn du geguckt? Oh, hast du mich erschrocken, ey. Ich bin einfach so schritten. Auf, mal rein. 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 Durchsuchung. Genau jetzt. Did you hear me? I said up against the bars. Jetzt komme ich. Officer, is there a problem? Ich wusste aber hier so nichts zu gehen. Go. Oh, du warst zu schnell. Ah, you passed me the shit. Pass it to me, pass it to me. Pass it to me. Genau da, wo ihr nicht guckt, Alter. Kann ich dir das jetzt verstecken, oder wie sieht's aus? No, I can't hide it here. Du musst es verstecken. Ja, ja. In dem Klo, unter der Klo, oder? Ja. Nein, doch nicht dahinter, oder? Ja, okay. Ich habe keine andere Wahl. Ja, gut. Wenn die das mit dem Klo bei mir entdecken. Ich wette, die sehen das mit dem Klo. Denke ich auch. Komm schon. Hände hoch. Bleib da oben. Oh, Glück gehabt. Okay. Oh, boi. Ich hätte ja nur drei, vier Stecken. Er macht selber so. Huh. Das war echt knapp, ey. Das war echt knapp. Das haben wir eigentlich sehr reibungslos. Hey, Baby. Du bist gut? Gott, ich habe dich missen. Ich miss mich auch. Linda. I got a plan to get out of here. Good. What can I do? Don't worry. I got someone helping me in here. Who's that? His name is Vincent. Seems legit. Witzig wäre, wenn sie den Wissen jetzt kennt. Witzig wäre, wenn sie den Wissen jetzt kennt. I mean, we both thought we could trust Harvey. This guy wants to take him down as much as I do. What? Warum? Warum? Ich weiß noch nicht, aber ich werde herausfinden. Okay. Also, wie ist Alex? Es ist sechs Monate. Er erinnert seinen Vater. Scheiße. Ich erinnert ihn, Linda. Er hat er herausbekommen? Nein, nein. Es ist okay. Er denkt immer, dass du in Italien helfen kannst. Gut, gut. Welche Probleme von Harvey? Es geht nicht. Er will uns finden. Und du bist sicher? Ja. Ich habe ein paar Sachen. Wir sollten jetzt nicht sein. Scheiße. Baby, Baby, hör mal. Wir werden es durchgehen. Warum wirst du noch warten? Niemand kommt für dich. Vielleicht sollte sie nur ihren Bus missen. Ich erwarte noch mehr. Nicht mehr Besucher kommen heute. Willst du einen Telefon machen? Oder willst du zurück zu dir selbst? Ich würde gerne einen Telefon machen. Super. Ich glaube, die Frau hasst dich. Und die Schwanzung? Carol. Warum ist sie hier nicht? Weil ich zu Hause erwartet, unser Baby zu erwarten. Bitte. Wir haben darüber gesprochen. Nein. Du hast darüber gesprochen. Ich hatte überhaupt nichts zu sagen. Du bist in Prisen. Ich werde bald raus. Ich werde bald raus. Hör auf dich, Vincent. Das ist nicht jemand, du bist. Ist das wie du willst, dein futur Kind zu erinnern? Nein. Aber ich muss sich um die Situation der Harvey zu erinnern. Carol. Du wirst wissen, dass er Gary getötet hat. Er war meine Familie. Er war meine Familie. Mein eigen Bruder. Ja. Jetzt wissen wir sogar viel mehr, dass wir weg sind. Ja, ja, ja. Du wirst dich einfach getötet. Bitte. Du weißt, ich muss das machen. Ich kann nicht glauben, dass du, Vincent. Hallo? 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 Krass. Ich dachte eher, dass es andersrum wäre, ey. Dass ich eine gute Beziehung zu meiner Familie habe. Weil er so liebhafter bin. Ja, genau. Ich sag mal, der Vernünftige. Ah, krass. Ich hab halt die bessere Frauenwahl. Congratulations, Sir. Das wird sich mit der Zeit herausstellen. Ich bin mir ziemlich sicher. Sicher. Ich kann nicht mehr reden. Das ist... Irgendwo hier noch ein Streit gehen wird. Stimmt. Stimmt. Wir gehen heute Abend. Ich bin bereit. Ein Sturm zieht auf. Hast du gehört? Das ist der Name der Folge. Das könnte ich jetzt echt machen, ja. Jetzt wisst ihr auch, woher der Name der Folge kommt. Hätten wir jetzt diesen Error-König hier. Kreativ. Nur eine Hilfe, mein Freund. Kreativ ist dir nie. Ich frag mich nur, wohin dieser Deckel führt, wo wir hochgeklittert sind in der zweiten Folge. Ja, keine Ahnung, ja. Das würde mich jetzt so interessieren, wo das jetzt hinführt. Ah, da sind wir doch, oder? Ja, da sind wir doch, oder? Ja, da sind wir doch. Gut, ich hatte jetzt keinen Bock, nochmal darauf hinzukommen. Vor allem, wie du das vermassest. Das ist ja nicht einfach zu sein. Kann sein. Aber willst du es übergeben? Ich kann ja erstmal hier meine Sachen übernehmen. Das würde dann genau zeigen. Das würde dann genau zeigen. Das würde dann zeigen. So, jetzt hier übergeben. Boah, das wäre so witzig, wenn das jetzt hinführen würde. Das hätten die ruhig schwieriger machen können, meiner Meinung nach. Da hätten irgendwie so ein kniffliges Ding reinmachen können, dass das auch vielleicht runterfahren könnte. Warte. Und dann steht da oben so ein Bär drin. Hallo, Leute. Es ist nicht vorbei, bis die fatten Frau singt. Oh, sie wird singen. Verrückt mich. Ich hoffe sicher. So. Wir gehen in die selbe Richtung? Ne, es gibt keine. Es gibt keine. Ich glaube, es geht auch immer nur eine links. Ja, ich... Ah, ne, da ist nichts drin. Doch, warte mal. Hier ist jetzt ein Schacht. Das sieht mir hier zu interessant aus. Da kann man aber erstmal nichts machen. Da kommen wir hoch. Ja, und dann da durch. Oh, G. Nicht im Weg. Da kannst du tatsächlich besser fahren. Da kannst du dich nicht mehr sehen, wie du hier bist. Ja, jetzt stehen wir in dem Weg. All for it, Leo. Das wäre doch ganz interessant gewesen, wenn man das dann trotzdem noch zu machen könnte. Sonst wird's auch für dich, dass das offen ist. Ja, aber jetzt hauen wir ja eh ab, wenn wir bespenden, wenn wir eh geliebt haben. Ja. Ich muss die Tüte, wenn ich nicht. Wollt ihr mir das Auto fixiert? Oh, okay, dann bleib da am Rand. Da sind zwei Leute. Aber wir müssen durch und dann unter die Kiste raus. Unter die Kiste müssen wir. Ja, wir müssen einfach in Deckung gehen. Er ist direkt in Deckung. Follow me. Wo bist du weiter? Fahr da um die Ecke. Wollt ihr ihn und wir? Ah, du hast gebrochen. Hey Leo, komm hier. Ah, du hast gebrochen. Oh, shit. Damn, wir müssen die Tür öffnen. Okay, auf drei. Ein, zwei, drei. Warte, warte, warte. Auf den Donner warten. Ja. Let's time it with the thunder. Du und er. Okay, sure. Okay. Aber wie sollen wir das wissen, aber? Wir warten, wir warten. 22, 22, 23. Keine Ahnung. Wir machen es bei dem nächsten Donner einfach. Direkt drauf tippen. Okay, okay. Hast du dein Auto fixiert? Nein. Nein, nein. Es ist zu spät. Noch mal. Es funktioniert. Nur ein paar mehr so. So. Damit es hier besser in der Reflexe drauf kommt. Ich hab Angst, dass ihr es hören, Alter. Wir sind nicht draußen, ha? Für das erste. Vincent, ja. Siehst du die Tauer? Ja. Das ist, wo wir gehen. Okay. Wie sollen wir von da jetzt darüber kommen? Was haben wir für drähen? Hey, Martian. Shit. Es wird immer schwieriger und schwieriger. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Warte. Da die Leiter hoch. Okay, warte, warte, warte. Also da ist jemand. Ich geh die Leiter hoch. Und jetzt ist der eh weg. Also komm schnell. Wo willst du hin? Hast du deine Leiter? Sicher? Mhm. Meiner Meinung nach, ja. Ich bin ja an ihm vorbei. Und dann... Welcher Ton war denn das? Rechts. Der ist so rechts quer da. Der ist der einzige der Leuchtturm. Nein, nein, nein. Links, links, links. Links von dir. Von dir links. Ja, von mir links ist doch hier. Achso, ja, aber in die Richtung. Noch weiter? Das ist der. Der ist der, der da leuchtet. Achso, mit dem... Ja, okay. Okay, pass auf, da kommt einer. Da kommt einer. Geh hierher. Der wird uns eh sehen, wenn wir ihn rüberkrabbeln. Nein, wird er nicht. Nein, wird er nicht. Wenn wir hinterbleiben können, ich nicht. Das ist ein Witz, wenn er auf einmal in die Richtung rüberzieht. Okay, der hat uns gleich. Der bleibt unten. Oh, Bruder. Komm, 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 komm. Wie denn? Wenn ich Richtung rüberkrabbeln. Ich kann ihn ausschalten, glaube ich. Okay, warte. Willst du ihn ausschalten? Ich probiere es mal. Ja. Okay, das ist gut. Dann da in die Richtung weiter. Okay, ich spute sogar bis zum... Das ist dieselbe Stelle, wo ich abgehauen bin. Das ist nicht schon mal, weil ich mich da umgegeben muss. Ich bin nicht wieder da hoch, den Toderjab. Das erinnert mich, ich weiß, ich war immer, aber das erinnert mich irgendwie jetzt an Batman. In Gotham immer regnet. Ja, genau. Und so ganz klassisch, du bist auf dem Duffel, ist ein Fenster. Komm, Mann. War das wirklich notwendig? Wie, dass du es nicht aufgeworfen hast? Ich hab auf dich geworfen. Ja, dann warst du ja... Okay, dann gehen wir mal aufs Dach. Wie unnötig. Das ist der einzige Ort, den ich nicht besitzen würde. So unnötig. Das ist du. Was machst du? Du musst dir doch bestimmt wieder hier gebrochen. Ich bin nicht. Der Vogel wird laut sein. Hier du gehst, buddy. Hab Spaß. Shit! Ah, der kommt, der kommt. Ah, ne, der geht runter. Ich dachte schon, der kommt. Kommst du? Okay, hoch geht's eh nicht runter. Heinst du? Ja, hoch geht's eh nicht. Siehst du das Karton-Show letzte Nacht? Nein. Alles gut? Great. Und, wer ist da? Oh, wer sind die Blätter? Nee, das ist nichts. Ich kann nicht mehr, ich muss mich älter werden. Wo sind die? Ich weiß nicht, das finden wir jetzt raus. Ich bin direkt vor. Willst du vorgehen? Ja, klar. Ich denke die ganze Zeit, wo sind die Waffen? Das sind zwei, das sind zwei. Dann kann ich endlich schießen. Ich hab so das volle GTA-Feeling die ganze Zeit. Wir können die beide gleichzeitig ausschalten, stimmt? Mhm. Einer muss rüber. Nee, 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 das können die nicht ausschalten, dann sieht uns doch einer während wir hier sind. Nein, die macht uns gleichzeitig. Nein, siehst du mit dem Rücken zu uns? Nein, siehst du nicht. Doch, ach klar, okay, dann komm. Ich nehm den Linken, du den Rechten. Warte, 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 ich muss hier raus. Ich nehm den Linken, du den Rechten. Und los. Eins, zwei, drei. Zwei Ziele, zwei Personen, ist zu offensichtlich. Dann geht's hier raus. Da ist die Tower. Warte auf, das Licht. Boah, jetzt wird's schwierig. Das ist doch das Licht. Okay, der Weg geht über die Treppen. Das heißt, von einer Deckung zu einer. Warte, warte, guck mal das Licht. Mal das Licht. Wann kommt das auf uns? Nur um zu sehen, wie das aussieht, wenn das Licht auf uns strahlt. Da, oder jetzt? Erst, erst sehen wir, dass du siehst. Ja, das ist es. Okay, okay, alles klar. Wir sehen das. Wir können, glaube ich, aber schon dahinter. Hm? Ich hätte mir so gewünscht, dass wir direkt ganz schnell die Deckung wechseln. Ja, das ist wirklich für mich auch ein bisschen anders. Was geht schon runter? Auch generell mit der Deckung ist ein bisschen umständlich, weil du bist in Deckung, aber kannst nicht weiterlaufen. Also nicht immer. Ja, ich bin die ganze Zeit in der Deckung. Achso, warte. Ja, genau. Du kannst echt nicht laufen. Du kannst halt so ein bisschen kriechen, aber... Ach, das ist komisch. Aber... Ja, gut. Ja, gut. Warte. Er hat genau auf uns. Warte. Wir müssen warten, bis er wieder nach links schwenkt. Oder rechts hin. Ja, noch weiter nach rechts geht's ja nicht. Deswegen, ihr müsst ja nach links schwenken und dann holen wir gut. Komm schon! Winzen. Okay, ich lauf schon mal runter. Ich weiß nicht, was hier ist. Oh! Shit! Oh! Das war... Das war's für die Suchlinie. Shit! Das war's für die Suchlinie. Oh, fuck. Egal. Du bist so schlimm. Warte geht's. Du bleibst eisgelb da rein. Ich hab auf seinen Bildschirm geguckt und der die ganze Zeit... Auf die Treppen. Oh, achso. Du bist auch unter. Okay. Das ist mal, wenn's besser. Ich glaub, ich bin mal aus der Deckung. Oh, fuck. Ah, guck mal, doch. Das Licht ist doch viel schneller, als ich dachte. Ich hab das ganz langsam mal hingeschaut. Oh, ich dachte, ich bin aus der Deckung. Jetzt ist es schneller geworden, denkst du? Ja, irgendwie... Ich weiß es nicht. Das war grad... Das war doch ganz langsamer, oder? Guck mal, wie fix das jetzt ist. Das wird immer... Das wird immer schneller. Je näher wir kommen, kann das nicht? Ja. Nein, je öfter wir verkacken. Du gehst von rechts, ich geh von nach links. Da ist doch die Treppe. Da vorne. Ja, genau, deswegen ja. Nicht die. Hä? Nein. Das ist ein anderer. Es gibt zwei... Weil, wenn du da hoch gehst, musst du... Ich... Also, ich denk mal, du musst dich dann in deiner Stehner verstecken, oder? Ich hab... Ich muss erst mal herausfuhren, wie ich aus der Deckung komme. Ich glaube, wenn ich einfach... Wenn du zurück gehst. Ja. Aber das meinte ich ja grad, das ist irgendwie komisch. Ja. Das ist nicht so ganz so geil, wie ich... Ja. Geht eigentlich. Mit dem Henry. Ich bleib die Gäste mit dir. Wir können ja auch zwei verschiedene Wege gehen. Weißt du? Also, ich weiß nicht, was schlauer ist. Also, ich find ehrlich, ob das hier noch einen anderen Weg geht. Okay, ich geh jetzt los. Okay. Ja. Noch nicht hoch, warte. Achso, ich muss noch mal gehen. Warte auf dich. Nichts, komm. Ich will die Treppen hoch machen, oder? Steh hoch, wie redet ihr das? Du bist da unten. Okay, ich bin da unten. Ich hab doch mal... Oh, fuck, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Warte, ich weiß nicht, ob du da noch... Bist du hier hoch gegangen? Ja, ich bin da hoch. Du musst aber aus der Deckung raus. Ja, ja, warte mal. Hey, ich drück doch X. Jetzt. So, Leiter. Okay, der darf uns nicht sehen, pass auf. Da ist doch nichts mehr. Ich mein, das Licht kommt eh nicht mehr auf uns, oder? Ja, eben. Los, 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 los. Geht zu hoch. Soll ich? Schau mal, ob du da einen anderen Weg hast. Nee, ich glaub nicht. Der wird uns doch fallen wollen, oder? Nee, du schaltest ihn direkt einfach mal aus. Der hat doch bestimmt Schlüssel, oder irgendwas? Ich wollte es gerade sagen, ich wollte es gerade sagen. Kann man überhaupt leicht runter? Gucken, ob du da was willst. Ich hätte es als Licht einfach schon... Okay. Wir können das Wasser benutzen. Ja. Wir brauchen nur etwas, um zu schlafen. Meinst du, dass das Stau dieses Dings... Das Licht... Die Kleiderbügel? Ich hätte... Ja, genau. Kleiderbügel kann man mir nehmen. Zum Sliden. Ja, ja. Alter, ich würde niemals solche Dinger nehmen, weil... Die brechen bei mir zu Hause immer zusammen. Wenn ich das... Ah, shit. Die auch aus Holz, oder? Ich kann das auch machen. Chillig. Okay, ich krieg das. Bleib ich jetzt auch. Oh, ah. Chillig. Das war mir so klar, dass ich nicht was passiert. Ich frage mich. Du musst klettern, ich muss da. Alter, die ballern. Scheiße. Ich frage mich. Was ist da? Was ist da? Holy shit, mein Bruder! Don't let me alone! Don't let me alone! Don't let me alone! Get me, get me. Run! 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 Ich renne, die macht mir nöblich. Ach, okay. Oh, rein, rein, rein. Du weißt. Go, go, go! The fuck is that you need to kill? Don't stop! Trust me. I've got no intention to stop. Ah, Alter. Das war's. Das war's. Close, man. Nein, nein! Spring, spring, du musst springen. Ja, nein. Der ist, der ist, der ist, der gab's nichts, was er so gut spielen konnte. Der ist, der ist selber rein. Dix. Nein, bei mir ist es auch. Dix ist immer klettern. Ah, Alter. Ist das die Szene, wo alle Runde kommen? Haben wir's echt geschafft? Krass. Sind wir durch? So einfach? Na ja, ob das einfach war? Muss doch bestimmt jemand verfolgen. Ich denke schon, aber... Das jetzt wieder in die Zukunft. Ja, aber ich muss dir was fragen. Richtig cool gemacht. Richtig cool. Hey, zurück in der Prision, als wir diese Schaft aufgelandeten. Du weißt, das Back-to-Back-Thing? Ja. Was ist das? Hatte du das wirklich gemacht, als du ein Kind warst? Nein. Was? Ich sah das in einem Comicbuch einmal, als ich ein Kind war. Sag mir, du schreitst. Nein. Ich bin einfach glücklich, es funktioniert. Oh, mein Gott. Ich kann mir nicht glauben, dass du mir in die Geschichte gemacht hast. Ich auch. Ich bin nicht mit Vince'n voll coolen Leon, Alter. Ganz ehrlich, richtig, richtig, richtig geile Charaktere. Wirklich. Richtig geile Charaktere. Richtig. 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 Du brauchst so Eliminierungsspiel, Alter. Du wirst richtig aufhinten, wenn du willst, Alter. Okay, das lief gut. Wird jetzt keine Barschung mehr gehen. Da vorne ist alles eigentlich frei, ne? Wo bist du? Da doch, ich bin vor dir. In den Busch. In den Busch. Welchen bist du, was? Oder nicht? Doch, wir können noch neben dir. Da können wir uns nicht her, lass hier weiter. Da vorne ist nur einer, den können wir ausschalten. Okay. Ich geh hoch, kann man hier hoch? Ich schalte den eben aus, dann können wir da vorne her. Okay, ja. Oh, oh. Das war so knapp, Alter. Hätte sich ein bisschen vorher umgedreht, ne? Okay, das war gut. Das war sehr, sehr klasse. Okay. Okay, ich geh fort. Vorne sieht das erstmal frei aus. Aber ich soll jetzt erstmal runter. Ich weiß auf jeden Fall von den Trailern, dass es irgendwie eine Stelle gibt, wo wir auch von Hunden verfolgt werden. Okay, das weiß ich gar nicht. Das wird, boah, der Lauf meines Lebens sein. Zumindest der Lauf von Vincent sein. Hier ist viel mehr lebt. Hier ist viel mehr lebt. Wir müssen über die Brücke reden. Wir müssen über die Brücke? Wie denn? Du hättest gesagt, no shit, Sherlock. No shit, Sherlock. Keine Ahnung. No shit, Sherlock. Guck mal, da sind zwei Leute. Ich muss sagen, eine spinnt hin zu. Ja, klettert er da hoch. Und ich gehe hierher. Ja, genau. Aber wir müssen beide gleichzeitig aufhören. Okay, mach das jetzt. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Ah, die Frage ist, wie weit ihr jetzt kommt. Was? Die Frage ist, wie weit ihr nach hinten jetzt kommt. Okay. Noch easy. Guck jetzt, zähl runter, bevor du mich machst. Du solltest lieber erstmal aus der Decken losgehen, das ist einfacher. Ja. Okay. Warte, warte, warte. Kannst schon mal aus der Decken rausgehen? Nein. Also warte, bist du bereit jetzt? Ja, ich bin bereit. Du kannst aus der Decken rausgehen. Okay, drei, zwei, eins, los. Du musst immer zuschleigen, ich mach das immer ganz schön einfach in den trockenen Höhen. Das tut so weh am linken Daumen mit den Ständen. Ach nein, man muss nur einmal drücken. Ja, einmal antippen. Ich trigg die ganze Zeit rein, um so zu laufen. Ich glaube, ich weiß schon, was kommt. Den Bullenwagen brauchen wir. Ja, genau den vor uns. Ich glaube, wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder machen wir es ruhig, oder wir brettern er ruhig. Hey. Lass uns diesen Weg gehen. Wir sollten uns unter der Brücke gehen können. Nein. Es ist viel zu hoch. Zu riskant. Ich sage, wir nehmen diesen Mann raus. Trailer. Also ich dachte, Auto. Was sagst du? Was, bist du verrückt? Das wäre zu einfach. Wir könnten aber auch über die Brücke gehen. Hm. Was passiert, wenn wir beide Wege gleiten? Noch mal. Geht ja nicht, weil dann... So ist es dann halt... X, also deins. Ja, dann... Also ich würde sagen, Auto. Was sagst du? Ich sage, Brücke. Wir machen Schnickschnackrücknis 1 kurz. Auto. Du bist extra gedrückt halt von mir. Ich hab's gedrückt. Gut, dann nehmen wir die auf. Ich meine, es ist dein Plan, also ich schalte ihn aus. Ich habe sag' dir! Du bist das nicht. Es wird funktionieren. Nimm den 침ack und bleib ab. Ich gebe dir recht. Als ob sie uns nicht... Nicht Völge Hasgem. Alter, pass auf. Komm, völge! Völge! Wenn du uns nicht erkennen kannst! Just stay on course I got this You got this baby We're good What you think? That was the way Yeah, everything is good Perfect, perfect It doesn't work better The worst case Who is that? Who is in that car? Over there Where do I have to? I have no idea how to drive I can't see anything You can't see anything Yes, of course I can't see anything I have to think I have to think that the action is really crazy They have to be directly on the horses Or very classic The car Oh shit Run, run, run Fucking dogs? Are you serious? They are too fast man Just keep running Trust me I am not stopping Temple run Temple run God damn it They're catching up on us Oh shit I think it's you I am not stopping I hate dogs I hate fucking dogs There is a big jump Let me go What? 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 What do I do? Look at this with the jump Oh shit Come on Leo Oh shit Like that Oh shit Scheiße, verdammt! Wir haben noch die Hände! Hey, hey! Just tell him. This is the deal. You either take it or not. Got it? He says no. It's too much risk. The price must come down. That's not gonna happen. But listen, it's not gonna happen. Harvey! Wait. You got it? It's important. You need to hear this. Look. Take the deal or stop wasting my time. Alright? Yeah. Harvey. Leo busted out of prison. What? I just got the call. Isn't he supposed to be dead? A guy fucked up. Got himself killed by the guards. Good for nothing piece of shit. Look Sean. You need to find him. Okay? Yeah. But I'm not sure the men we have right now. My problem. You just need to find him. You got it? I don't give a fuck how. Just make it happen. Yes, boss. So you decided? Yes. Price down or no deal? Okay. No deal. Was ist das für ein beklopter Psychopath? Hat der nichts andere zu tun, außer Leute umzusetzen? Ich würd sagen, wir machen hier den Cut. Bevor es gar nicht einbringt, ne? Und den Best finden wir dann wohl in der nächsten Folge raus. Ich glaub wir müssen hier warten. Wenn wir schon dabei sind. Wir sind entkommen. Das ist schonmal gut. Wie kommen die jetzt hier raus? Das ist die Frage. Das ist die Frage. Okay, jetzt kommt die Szene. Gut. Wie können wir dann einen Cut setzen? Ich würd sagen, wieder eine richtig, richtig, richtig geile Folge. Freunde. Krase. Wir danken euch vielmals fürs Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr Wünsche oder Anregungen habt, auch gerne unten in die Kommentare. Und dann würd ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.